Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW TBC Classic und schaut mal was ich schönes in OG bekommen habe, zum einen weitere Zauberringel, zum anderen diesen wunderbaren Seelenbrunnen. Ey, schön mit drei Leuten zu beschwören hier, geil, wir sind heute dabei die Zettekhallen zu machen. Mega, hätte ich gar nicht gedacht, ich will eigentlich die ganze Zeit mal Blutkessel und diese Quests fertig bekommen, aber naja, irgendwie, Zettekhallen, HDZ und Co. wird ein bisschen mehr gesucht und unser Heiler ist erstmal AFK. Ehre. Okay, let's go ist das Motto, Freunde. Sehr, sehr nice, er war irgendwie nur 10 Sekunden AFK, aber gut, ich werde mich mal nicht beschweren, wa? Ich werde mich an der Stelle nicht beschweren. Seelenstein ist gesetzt, wir sind gerade nach dem Porten erstmal richtig zuversichtlich, genau gegenüber von den Zettekhallen rein und alle dann so, mhm, sad face, Bruder, sad face. Was ist ein WF? Oh nein, ich weiß nicht, was WF ist, Mann. Ah, Windfury, ne, von unserem Shami, kann das sein. Da hat er Bock drauf, ne, da reichen natürlich heute noch die Milis, ne, ich muss gesagt, erstmal klarkommen hier so viele Mobs, oh Gott. Und er kickt mich fast aus dem Dungeon wieder raus, was ist denn das für ein Benehmen? Absolute Frechheit. Ja, in OG konnte ich eine Menge neu lernen, ey, zum Beispiel, dass die hier Zapper reflektieren können, Frechheit. Ne, dass wir zum Beispiel auch einen neuen Rang vom Seelendieb haben und vom Todesmantel und von Verderbnis und Teufelswache hat ein neues Spalten und holy shit, Mann, ich musste so, so viel ausgeben, ja. Wow, dachte ich, gut, dass ich gleichermaßen zehntausende Tonnen von Neterstoff zu verticken hatte. Oh boy, da hat sie meinen Bankorg dann schön gefreut, ne, gute Money, Allah. Der war auf jeden Fall richtig am Stizzle. Und tatsächlich, Freunde Zettekhallen, ein Dungeon, der für mich besonders geschichtsträchtig ist. Jetzt nicht unbedingt von der reinen Lore her, ja, also klar, Rakua und Terok ist schon auch ein bisschen was Spannendes dabei, aber für mich rein spielerisch. Das war nämlich der Dungeon, der damals, uh, der wilde Bogenpull hier, irre, der damals meine Mountfarm Lust so richtig befeuert hat. Ja, hier konnte ich tatsächlich rein, auch als kleiner Pupsi-Hunter dann mit, was war das, Ende Voteka, Anfang Cutter, so in dem Dreher, und konnte hier den HC-Mode easy solo clearn. Und das habe ich natürlich auch gemacht, denn ich wusste, hier konnte ein Mount droppen. Der Rabenfürst, ein sagenumwobenes Mount, für das man, glaube ich, am Anfang sogar noch einen Druiden brauchte in der Gruppe, ne, der das dann irgendwie beschworen hat, meine ich. Und dann gab es so ein paar Änderungen, dann konnte man einfach so rein und er stand da rum. Ist schon ein bisschen her, Freunde. Ist schon ein bisschen her, aber irgendwelche Erinnerungen kicken da gerade auf sehr weirde Art und Weise. Sei es drum, ich bin da rein, wieder und wieder, und der wollte nicht droppen. Man muss allerdings dazu sagen, das war quasi das erste Mount, das ich gefarmt habe. Soll heißen, wieder und wieder, wir reden da von unter 10 Thrice, und dann hatte ich schon die Schnauze voll. Zumals da auch noch nicht so skaliert war, ja, dass ich irgendwie komplett durchroffeln konnte, sondern, das war schon hardcore, ja, als Hunter, hier auch mal skippen mit Totstellen und all so ein Scheiß, Mann. Das war, ah, der Real Shit, Junge, kannst du aber wissen. Und ich tue mir wieder selber weh hier, Junge, und dem Heiler gleichermaßen. Aber wir haben diesen wunderbaren Brunnen, an dem ich mich so ein bisschen laden kann. Einen neuen Rang von Adalas habe ich tatsächlich auch bekommen, Leute. Das hängt ja alles zusammen, aber guckt mal, wie super das läuft. Alles killen? Keine Ahnung. Wenn er Bock hat für die EP oder was, schön Buff ausnutzen, warum nicht? Bei drei Zielen bin ich mir immer nicht sicher. Mach ich schon Feuerregen, springe ich mit Höllenfeuer rein oder bleibe ich bei meinem wilden Rumgedotte, Mann? Weil die gehen auch so schnell down zum Teil, bin ich mir immer gar nicht sicher, ob sich die Dots da wirklich lohnen. Plus, der hat seine Zauberreflexion, Junge. Und da wäre vielleicht Feuerregen auch geiler, weil den kann er ja nicht reflektieren. Was will er da machen? Den Meteor von oben irgendwie zurück in den Himmel schießen? Oder, holy shit, und diese Totems, die übernehmen, die gibt es ja heute noch, ne? Ja, ganz fürchterliche Fähigkeiten, Freunde. Ja, und eines Tages habe ich gemerkt, wie sehr WoW doch immer für mich da ist, Leute. Wisst ihr warum? Ich war Zettekhallen mit meinem Hunter, habe geschwitzt, habe gelitten und zuvor habe ich eine sehr, sehr schlechte Mathearbeit zurückbekommen. Holy fuck, das war ein echt düsterer Tag und ich saß traurig vorm Rechner. Ich war wütend auf mich selber. Ich habe Mathe noch mehr gehasst als ohnehin schon. Aber was ist passiert? Der Rabenfürst ist gedroppt. Ah, auf einmal dieses epische Mount und diese schreiende Rabenfratze im Inventar, Junge. Und plötzlich wurde der Tag wieder etwas schöner. Und so schnell kann es gehen. Manchmal sind es diese kleinen Dinge. Kein Raiderfolg mit der Gilde, kein Biskier oder so, kein günstiger Sockel im Aha, keine Haustierkampf, Weltmeisterschaft, nö. Das Mount ist endlich gedroppt. Nach irgendwie 13 Tris oder so. Damals hatte ich auch noch nicht so viele Chars wie heute. Momentan bin ich da dran, den 30. 60er hochzuziehen. Und das ist für meine Verhältnisse ja schon, ich sag mal, relativ wenig. Falls ihr Bock habt, ich habe auf YouTube ja diese wunderbare Playlist mit dem Titel Meine Chars. Und die heißt nicht umsonst so. Da habe ich eben dokumentiert, Patch für Patch, Addon für Addon, wie sich meine Chars so entwickelt haben, was sich so verändert hat. Da kann man auch meinen Weg von der Allianz zur Horde, von Ambossar zu Ereda schön mitverfolgen. Und das war ja alles noch nicht so krass damals logischerweise. Da gab es noch keinen Account-Equip und ich musste sowieso erst mal auf meinen Hunter klarkommen und dann das Beste hoffen für mich und meine Gruppen. Das war eher so der Lifestyle vom Spielerischen her, ja. Und deswegen hatte ich tatsächlich auch wirklich jeden Tag nur diese eine ID, ne. War HC täglich resettet und wo ich heute in sowas reinschwitze. Mit 30 Chars hatte ich halt nur den einen. Das ist ja auch immer spannend, wenn man sich unterhält und Leute meinen dann, boah, ich fahre mir unbesiegbar jetzt schon seit sieben Jahren oder so. Und dann fragen man, hä, seit sieben Jahren, Bruder, mit wie vielen Chars gehst du rein pro Woche? Ja, mit einem halt, ne, wie die Relationen da manchmal auch verschoben sind und verschieden natürlich an sich auch. Ja, das ist schon ganz schön Wahnsinn, ne. Holy fuck, egal ob man sich jetzt so IRL umschaut oder auch ingame, da gibt es immer ganz interessante Unterschiede zu entdecken. Und wir nehmen hier schön die EP mit, wenn meine Teufelswache zu heiß gewaschen wurde, Leute. Ist auch kalt draußen wieder, mein schöner, ne. Ja, 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 das kann ganz schnell gehen, hör mal. Ganz schnell gehen. So, wir dotten hier wieder zu. Alter, wie schnell fokussen sie den denn manchmal weg? Sind das die Procs vom Windfury Totem oder was? Junge, da hat ja mein Dot nicht immer getickt, hat Verderbnis überhaupt getickt, ne, oder? Es war einfach direkt tot. Reflektiert er auch den Zauberstab? Aha, den reflektiert er nicht. Na dann, leide du Ratte. Und der miese Vogel, der verbrennt er jetzt sowieso, hoffe ich. Er hat echt noch den Sturmangriff durchbekommen. Mann, und das war auch früher Pain. Wo man auch noch keinen Dunst hatte von Mobfähigkeiten, von Positioning und Co, ne. Da standst du dann auch schön blöd, hast sie als Hunter hingestellt, so, dass es cool aussieht beim Schießen. Okay, das war die Priorität mit zwölf Jahren. Ja, und dann wurde es so einfach die nächsten drei Mobgruppen gekickt. Weiß ich noch, wie wir hier riesen Aufriss und Reidel-Dye gleichermaßen veranstaltet haben, weil wir das mit dem Positioning nicht gerafft haben. Und rumgeschrei auch im Teamspeak, damals noch Teamspeak 2, Leute, was geht. Und ich werde hier schön mit Erneuerung versorgt, das ist auch sehr lässig. Und dann haben wir blöd aus der Wäsche geguckt. Wie sollen wir den Raum machen? Da müssen wir CDs ziehen, ja, anstatt sie einfach anders hinzustellen. Aber nein, das war keine Option, okay? Auf sowas sind wir einfach nicht gekommen. Da mussten wir erstmal Abitur machen, um das zu raffen. Wir mussten erstmal Sättekallen studieren, ja, um sowas wirklich hinzukriegen. Holy Shit. Auf jeden Fall war das so, der Moment mit dem Rabenfürst, wo ich wusste, okay, WoW ist das Beste auf der Welt, ja? Was ist das Beste auf der Welt neben Real-Life-Frau und Geld? Ja, du weißt es, World of Warcraft heißt es. Oder wie waren die Songs früher? Ja, nice. Und die wurden dann natürlich auch gepumpt, ne? Schön, die Affenjungszeiten, Leute. Oh, damn, wir sind direkt wieder zehn Jahre jünger, oder? Oh, Junge, das war schon anders, ja. Das war schon wirklich, wirklich anders. Und was ich mich über dieses erste Mount gefreut habe, Junge. Und dann ging es erst richtig los. Und dann ging es ja auch immer, immer besser. Umso mehr Add-ons natürlich rausgekommen sind, ne? Umso mehr Giermann hatte, umso mehr Dungeons, umso mehr Mounts. Dann hatten wir ja auch, gerade wenn ich an BFA zum Beispiel denke, dann hatten wir ja auch so eine ganz wilde Zeit mit diesen Kriegsfronten. Dazu einmal diese Kriegsfront als instanziertes Feature, ne? Wo du dich für anmeldest. Und auch eine Zone, in der die quasi spielte, die dann überarbeitet wurde. Das heißt, wir hatten zum Beispiel, für die, die es gar nicht kennen, ja, wir hatten eine Arati-Hochland-Kriegsfront. Und das heißt, du hattest das Arati-Hochland, das komplett überarbeitet wurde, um zu diesem instanzierten Inhalt zu passen, ja? Und dann konntest du sowohl, wenn ich hier jetzt mies zum Schweigen gebracht werde, dann konntest du sowohl ins Arati-Hochland, in die Zone gehen, und da dann Quests machen und neue Rares tüten und irgendwelche Marken sammeln. Da gab es einen neuen Weltboss, der natürlich nicht skaliert war für Level 30, sondern für die momentane Maximalstufe über Phasing, ja? Und du konntest sie eben auch anmelden und hast dann versucht, in so einem instanzierten Bereich den gegnerischen Hauptmann quasi niederzuringen, deine Basis auszubauen und, und, und. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und der Brunnen ist sehr mutig platziert, ne? Ich würde da gerne rangehen, aber habe Angst, dann den ganzen Raum zu pullen, Junge. Darum, darum verkneife ich mir das lieber. Wie klein dieser Tauren ist, schaut mal, ist ja niedlich, ist ein Kälbchen. Ey, wie süß wäre der, nah mal, ey, voll cute. Wie süß wäre der für ein Taurenkrieger, Kälbchen. Und dann geht er einfach rein. Oh nein, sie haben das Kälbchen getötet, ihr Schweine. Ich habe lange keinen South Park mehr gesehen vorne. Ich weine, ich weine, weil auch das geht in diese Zeit mit rein, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, nur kurz angeschnitten. Die einen Sommerferien, wo alle Freunde unterschiedlich im Urlaub waren, so hintereinander weg, ne? Und nie konntest du mit allen gleichzeitig was machen. Und dann habe ich einfach nur South Park geschaut die ganze Zeit. Gezockt und South Park im Hintergrund, weil gucken, schwierig, zweiter Bildschirm, damals kein Thema gewesen, ja? Also, das war dann auch ganz mystisch. Aber gut, man ist so ein bisschen klargekommen, weil, man kannte es ja vor allem nicht anders, ne? Und wenn man den Vergleich nicht hat, na ja, dann kannst du den Geschichten auch nicht groß hinterher trauern. Oh, oh, da war erst einmal Rüstung zerreißend drauf, ne? Da hätte ich noch warten müssen. Oh, guck mal hier. Die lecker Gritz, Junge, schön. Der Feuerregen, aber das ist auch scheiße, ne? Die kicken ja auch zurück und rum. Und der hat jetzt netterweise, das war wirklich sweet, meine Teufelswache abgeholt, weil ich wieder verpeilt habe, dass die bei Feuerbrand nicht reingeht, ne? Hat er sich gedacht, na Mensch, hör mal, Stinkebiber, dann hole ich die ran hier, dass du dich da nicht ärgern musst. Das ist wirklich nett. Genau so brauche ich meine Gegner, Leute. Ja, Vodka war gerade das Thema und damit verbinde ich auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, völlig schlimme Zeiten, aber insgesamt doch irgendwie schon. Wir nehmen mal jetzt hier die ganzen Aufladungen mit. Gutes Timing von mir, GG. Aber die Erneuerung tickt ja auch noch. Und Vodka hatten wir ja das Agentum-Turnier. Ich weiß gar nicht, ob ihr, liebe Classic-Spieler, das auch für Vodka auf dem Schirm habt. Und ob ihr euch da drauf freut oder ob ihr sagt, jo, das lasse ich direkt aus, Mann. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da habe ich dann auch reingefahren. Über Add-ons hinweg. Jo, ich habe heute noch immer nicht alles. Und ihr werdet gleich erfahren, warum. Weil Agentum-Turnier war ja an sich eine sehr coole Idee. Ja, so ein Turnier, wo Horde und Allianz gemeinsam kämpfen, um sich eben auf die Eiskronen-Zitadelle vorzubereiten. Dann hatten wir so ein Turnier-Raid, wo man wirklich Boss an Boss an Boss hatte, damit zu Schau kämpfen und so weiter. Dann war ein bisschen Story drin, wie Horde und Allianz sich trotzdem ärgern. Und dann auch gegeneinander kämpfen und dann im Rahmen der Vorbereitung eigentlich Streiter töten, die für den Ansturm auf die Zitadelle wichtig gewesen wären. Naja, Horde und Allianz eben, ne? Die alten Stinkebiber. Mittlerweile läuft das ja ein bisschen besser. Wir sind gespannt, wie lang. Und da hattest du dann auch alle Fraktionen vertreten und konntest quasi als Recke bei denen anfangen und dann aufsteigen, indem du Dailies für die machst, Marken für die sammelst, Turniere irgendwie für die Gewinns. Ja, gab es ja dann so Reiterturniere, wo du wirklich auf dem Mount saßt mit einer Lanze und musstest dann mit Extra-Buttons kämpfen und so ein Bums war ganz niedlich gemacht. Ja, und so musstest du quasi bei jeder Fraktion alles freischalten, Marken sammeln, Dailies machen, Huf pushen und, und, und. Und dann konntest du dir spezifische Mounts kaufen. Einmal für viel Gold und einmal für wenig Gold, dafür aber für viele Marken. Und das bei jeder fucking Fraktion. Zumindest von denen, die es damals gab. Er bandagiert mich. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott. Wieso sind die Leute so cute hier heute? Lauter Cutie-Piles. Und der hat irgendwie Ads beschworen, ne? Auch sehr räudig. Naja, pass auf. Wir ziehen erstmal durch hier. Schöner Fluch der Elemente rein. Und dann lasse ich ihn mal ein bisschen antanken, bevor ich da jetzt... Oh, die Himmelsnadel, Junge. Bevor ich da jetzt reinschwitze mit meinem Feuerregen. So, guck mal. Ja, schön wieder stehen. Ah, das Feuer elementar, ne? Das hat er jetzt noch ewig ausgehalten. Na gut, aber der geht doch an sich solide runter, würde ich meinen. Da kommen schon die Nächsten, oder was, Junge? Ich schaff's gerade so, meine Dots zu erneuern. Wow, meine eigenen. Wow, ich habe Sackläuse. Weirde Dialoge hier, ey. Ich sag's euch, aber... Das sieht an sich mit dem Schaden doch brauchbar aus, würde ich meinen. Ich will den Feuerregen dann auch immer nicht abbrechen, ne? Kriegt der halt im Single-Target ein paar Feuerbälle in die Schnauze. Mir doch egal. Wichtig ist nur, dass er jetzt umfällt. Der miese Keg. Ey, erste Quest fertig. Und Lederschuhe. Toll, sind wir in Bayern, oder? Was ist da jetzt los? Junge, die Bosse labern hier mehr als ich. Kann das sein? Und alle haben Quests, die Junge. Überall die Sprechblasen. Geil. Man sieht einfach gar nichts mehr. Wie herrlich. Wie herrlich. Und ich liebe unseren Heiler, der mir sofort eine Erneuerung drückt. Und die tickt mich einfach ganz in Ruhe gegen, ne? Muss ja sich keinen großen Kopf machen. Das ist schon echt sehr, sehr sweet. Also, sehr sympathische Gruppe bisher. Fühl mich als Hexer ja immer so ein bisschen asozial mit meinem Adalas, aber... Das scheint doch zum guten Ton zu gehören, ne? Das gehört zum guten Ton, Leute. So sieht's aus. Töpfer-Kurs ist wieder am Stissel. Auf jeden Fall hab ich dieses Agentum-Turnier damals eben angefangen und nie wirklich fertig gemacht. Ja, weil ich dann irgendwann doch ein bisschen ausbrannte und dann von mir aus die Nachtelfen fertig hatte. Und dann hatte ich da die Waffen, die ich tragen konnte mit dem Hunter. Und dann hatte ich die Nachtsäbler, die ich sowieso am coolsten fand. Und dann waren die Gnome dran. Und dann hab ich aber gesehen, es gibt zum Beispiel auch Schusswaffen, die man da erwerben kann, die ganz cool aussehen. Und dann gab's noch irgendwie Dolche, die nicht jeder tragen konnte. Und dann gab's noch einen Stab und so. Das heißt, ich musste auch irgendwie mit anderen Klassen nochmal ran. Und ach, es war insgesamt ganz fürchterlich und merkwürdig. Und so hab ich letztendlich mit mehreren Chars reingeschwitzt und rufgefarmt im Vorfeld, um mich da bewerben zu dürfen als Recke. Und Junge, es war immer wieder derselbe Kreislauf der Scheiße. Am Ende war's wirklich nur noch Scheiße. Holy fuck. Und dann, als ich wirklich alle Fraktionen durch hatte, alle Mounts hatte, alle Pets, so gut wie alle Rüstungsteile, da kam dann die Info zu mir, dass ich das ja hoffentlich mit dem Paladin gemacht habe. Weil nur mit dem Paladin gibt es am Ende nochmal ein extra Mount. So ein ganz besonderes Kreuzritter-Turnierpferd. Also, das sieht nicht ansatzweise so spannend aus, wie es gerade klingt, aber es ist ein Zusatz-Mount. Okay, und das heißt, ich will es haben. Aber jetzt nochmal von ganz vorne bei wirklich null zu starten mit dem Paladin. Dann da reinzuschwitzen und sich dann das Recht zu verdienen. Nicht nur, das hab ich ja eben gar nicht erwähnt, nicht nur die Dailies und Händler freizuschalten von den einzelnen Fraktionen, sondern auch das Turnierpersonal selber da irgendwie daily-mäßig freizukriegen. Holy fuck. Also, da rollen sich mir wirklich die Zehennägel hoch, ne? Weil, Junge, manchmal liege ich so da und denke, cool, welches Mount farm ich denn heute. Und mittlerweile ist er über die Jahre, ne? Von dieser entfachten Sucht des Rabenfürsten aus wirklich eine Menge zusammengekommen, sage ich immer. Und deswegen fehlen da gar nicht mehr so viele, ne? Jikun habe ich mittlerweile, wollte ich unbedingt haben. Elegon, diese astrale Wolkenschlange. Den Phönix von Keltas, Allahs Asche und so, so viel mehr. Ja, Erfolge, Raid-Mounts, Rare-Drops und, und, und. Ja, aber dieses Pferd, dieses Pally-Pferd, I don't know, ob und wann das irgendwie in meine Tasche und in meine Hände gleichermaßen wandern wird, ja? Scheiß die Wand an, sage ich da. Ja, sehr belastend, aber gut, so hängt das alles zusammen und so verfolgt mich der Rabenfürst auf eine sehr seltsame Art und Weise noch heute, ne? Das bleibt in der Tat nicht aus. Und leider ist es bei diesem Pferd ja nicht so, wie zum Beispiel vorhin bei den Arati und Kriegsfronten allgemein angeschnitten, dass ich dann eben in so eine Kriegsfront reingehe. Uh, Bruder. Uh, hör mal, die würde ich mir aber komplett reinzwirbeln. Ja, geil, Junge, die sind einfach in allen Punkten besser als meine, das ist eher am geilsten, oder? Muss man nicht lange überlegen, die werden einfach komplett reingedreht in den Mischer, jawohl. Ja, und da gehe ich mittlerweile nicht einmal die Woche mit einem Char hin, sondern diese Rares hatten häufig auch, und auch in Shadowlands ist da zum Beispiel so ein Daily Reset. Ja, das heißt, das ist eher so HC-Niveau, kannst du jeden Tag ein bisschen reinpimmeln. Und da gehe ich halt mit 30 Chars rein. 40, wenn es geht, wenn Maximalstufe nicht benötigt wird, ne? Und da pushe ich natürlich meine Drop-Raten durchaus. Jetzt, nicht im Grunde, ne? Ist ja nicht so, dass wenn ein Mount, das denken einige, ist ja nicht so, dass ein Mount mit einem Prozent droppt und du weißt, nach 100 Runs hast du es garantiert. Ne, auch beim 100. Run hat das Mount einen Prozent Drop-Chance, ne? Oder eine Drop-Chance von einem Prozent, so rumklingt es ein bisschen schicker. Und darum pushe ich das natürlich nur durch die Masse, mit der ich reinrenne. Aber auch das hat mir schon sehr, sehr gute Dienste geleistet, wenn ich es mal so sagen kann. Holy Shit, wie viel EP wir bekommen, Leute. Wir sind gleich schon bei 30 Prozent, ne? Der Bruder hatte Level-Up, auf jeden. Reicht GZ eigentlich? Ne, ne? Reicht Glückwunsch? Auch nicht. Slash Glückwunsch. Ich will das jetzt aber hinbekommen. Reicht auch nicht, was? Was ist das dann? Gratulieren oder wie? Haha, scheiße, Mann. Ich will das aber trotzdem. Gratulieren. Oh Gott, erst mal WoW hier. Das hat er jetzt auch nicht gemacht. Ja, der andere Bruder ist cleverer, ne? Der hat einfach Jubeln gemacht, Mann. Geil. Naja, er wird sich schon geliebt fühlen, oder? Er wird sich geliebt fühlen, ich hoffe. Dieser kleine Kackvogel hier, der interrupted mich komplett, aber ich nehme es in Kauf jetzt. Ich nehme es in Kauf. Schönen Totem, der Feuernova. Damn, wie sie auch Feuernova verändert hat, ne? Letztens hatte ich ja einen Shami. Ich weiß gar nicht, ob es mit Dragonflight noch irgendwie große Änderungen gibt. Aber ihr hattet sowohl einen Shami in der Dragonflight Alpha in einem Dungeon, als auch dann in einem Commentary von einem 21er, was war das? Hallen der Sühne, glaube ich, ne? Gar nicht so lange her. Ja, also gut, wenn diese Folge kommen, vermutlich Monate her, aber Zeit ist ja nur ein Konstrukt der Uhrenindustrie, Freunde. Da mache ich nicht mit. Das ist nämlich eine Aluhutbeschichtung, die ich auch in OG erworben habe, Lul. Und da war die Feuernova so mega flashy, ja? Holy shit. Da dachte man auch, ey, ich muss demnächst mit Sonnenbrille zocken, ne? Ach du Scheiße. Und hier ist noch relativ, ich sag mal, gemächlich. Ja, gemütlich, gemächlich, das geht schon ganz gut. So wie auch der nächste Feuerregen. Ey, ist genau die AOE-Rota, auf die ich Bock habe, Junge. Aber, guck mal, ihr und der Tank wird gestunnt, ey, das ist eh das Schlimmste. Kennt ihr noch aus MOP? Ihr werdet ihr kennen, wenn ihr jetzt auch außerhalb von Classic aktiv in Retail seid, weil dieser Dungeon ist auch in MOP-Zeitwanderung dabei. Das Mogushan-Gewölbe. Oh Gott, diese Geister, die hatte ich fast vergessen. Ey, Reut, wo hatten wir sowas noch? Im versunkenen Tempel, ne? Ultra Pain, Mann. Oh Gott, wie oft wir auch hier früher gestorben sind. Obwohl, so easy, ne? Aber wir waren dumm und unerfahren. Oh, und Junge auch noch. Waren wir kacke. Oh, Scheiße, Mann. Du willst da nicht wirklich skippen, Bruder. Okay, er wollte die nur um die Ecke pullen. Ich wollte gerade sagen, vorne machen wir alles und jetzt hier gar keinen Bock mehr auf die Stunts, ne? Könnte ich sogar verstehen. Aus reiner Tank-Sicht? Ey, wenn ich an diese besagten Mobs im MOP-Dungeon denke. Da hast du auch diese Saurock, ne? Da bist du ja oben und kämpfst gegen die Mogu und dann gehst du runter in diesen Keller und da sind die Saurock eingedrungen. Und da hast du dann ja auch erstmal die neuen Schuhe zum Anlegen. Ehre. Schön grün, ne? Oh ne, das sind meine Füße. Okay, das sind nur irgendwelche Fußlappen. Einfach einen halben Wischmopp um den Fuß gebunden, wird schon reichen. Und da hast du auch welche, die einstechen wirken. Und einstechen kannst du nicht kicken. Kannst du mit dem Stun unterbrechen, aber wenn er aus dem Stun rauskommt, macht er denselben Bums natürlich gleich nochmal. Ne, GG an der Stelle. Oh, jetzt werden die noch gefiert hier. Boah, Sette Kallen ist schon ziemlich böse. Muss man ja einfach mal anmerken. Ich fiel den einfach auch mal darüber. Da kommen noch die Vögeleien dazu. Oh scheiße, was machen wir, Junge? Was machen wir jetzt? Da ist auch ein Geist drin. Ich hoffe, der hittet mich jetzt nicht. Dann mache ich nämlich hier einfach mal meinen Feuerregen. Hoffe, dass das irgendwie hinhaut. Und da hinten auch nochmal rein. Komm schon, wir müssen jetzt ein bisschen mehr töten hier, damit unser Tank das überlebt. Aber unser Heiler macht auch einen super Job. Guck mal, schön Gebet der Heilung. Ein bisschen aufpassen wegen dem Geist, mein schöner. Oh, Bruder, der hat hier Stoppuhr gestellt, ne? Hat er neben seine Tastatur gestellt, dass er immer drücken kann, wenn so ein Geist spawnt. Und dann weiß er, ja, ja, der erreicht mich nicht mehr, weißt du. Der erreicht mich nicht mehr, muss ich mir keinen Kopf machen, Bruder. Holy fuck einfach. Boah, das war gerade zu Action geladen, Mann. Jetzt habe ich vergessen, was ich davor erzählt habe. Aber ist vermutlich auch nicht so wichtig gewesen oder war schon zu Ende. Junge, das war ja Hilfe mit 4 und Stun. Und genau, Stun. Da wird sogar jetzt markiert hier, ne? Für mich, für den Kackbob, der wieder nicht jeden Mob in TBC kennt. Alter, fucking Retail-Scrub, Lul. Und vermutlich wirkt der Schild des Rächers oder was. Jetzt machen sie hier einen auf Paladin. Und sie laufen aus meinem Feuerregen raus. Es ist alles ganz fürchterlich. Oh, da hinten wurde er auch gepudelt. Oh nein, es ist alles schlimm, Leute. Es ist alles ganz schlimm. Und er wurde einfach totgeschlagen. Und die rennen wieder zurück, denken sich. Wir wollten nur den. Wir wollten nur den. Den hassen wir am meisten, weißt du. Das ist der, der viert hier. Der Prophet. Boah, es ist also Sättekallen. Oh Gott. Wie haben wir denn diesen Teil überhaupt geschafft? Ja, vermutlich hat mein Gehirn den völlig ausgeblendet, ne? Komplett weg einfach. Blackout, Junge. Es ist gar nichts wert, eine Info zu holen. Ist einfach durch jetzt. Ich habe übrigens, trotz all dem Chaos, Erneuerungen drauf, damit ich weiter Ader lassen kann. Also unser Heiler ist eine verdammte Legende, Mann. Koro. Hat nicht mal eine Gilde. Warum nicht, Koro? Mach deine eigene auf. Wir sollten bei dir in der Gilde spielen, okay? So sieht es aus. Schwere Rüstung. Das ist natürlich müllig, aber mit dem Brunnen kann ich mich wieder schön hochziehen. Hier, guck mal, das läuft. Sehr, sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Und dann kann ich noch ein bisschen Lebenslinie hier und noch eine Aufladung verbrauchen. Freuen sie bestimmt alle, wenn ich hier den ganzen Brunnen platt mache, ne? Die denken sich auch, ja, wenigstens wird es nicht verschwenden. Und dann hast du von diesen Mobs, um mal zum Thema von vor sieben Jahren oder so zurückzukommen, bevor hier komplette Vogelapokalypse begonnen hat. Und von diesen Kack-Mobs hast du zwei auf einmal und im Bosskampf auch noch einen. Junge und es ist so schlimm, als Tank dann gestunzt zu sein. Und noch schlimmer ist, wenn du dann jemanden hast, der es gut meint und einen von den beiden kickt. Ihr müsst euch vorstellen, man pullt. Die Mann kommt nicht an denen vorbei. Die stehen in Verscholenheit, ja. Genau am Weg, so an den Ecken quasi, wo es gerade ausgeht. Aber du kannst sie nicht bamboozeln. Ja, die kommen auf jeden Fall dazu. Und dann ist es ganz nett gemeint, wenn einer einen Stunt. Ja, aber damit machst du folgendes. Der Tank frisst den ersten Stunt. Während der Tank gestunt ist, kommt der gestunte Mob aus seinem raus und fängt an den nächsten Stunt zu wirken. Und wenn du keinen dieser Mobs stunst, wie oft kann das Wort Stunt eigentlich in Sätzen hintereinander vorkommen? Ach du Scheiße. Und wenn du keinen davon stunst, dann wirken die den gleichzeitig und dann überschneidet sich das nicht. Gleichzeitig ein 5-Sekunden-Stunt ist am Ende immer noch ein 5-Sekunden-Stunt. So nach dem Motto. Ja, aber wenn nicht, und die machen das hintereinander, dann summiert sich das auf. Ja, dann summiert sich das auf. Und dann hast du ganz, ganz schnell, in 10 Sekunden es dann, und stehst da als Tank und kannst nichts machen, Junge. Das ist in Zeitwanderung zum Teil so schlimm, weil gerade alte Mobs, ja, wo du sonst nicht so viele Mechaniken hattest mit Void zum Ausweichen und so, war ja technisch damals auch alles ein bisschen limitierter, ne? Dazu dann zwar mal einen räudigen Feuchteffekt und so, aber eben Sachen, die du eigentlich kicken konntest, ja, und Sachen, die jetzt vom Movement her nicht so aufwendig waren und so, war halt eine andere Zeit, ne? Ist völlig klar. Und deswegen ist das auch zum Teil ungewohnt, wenn man recht weit in solche Dungeons zurückgeht, ja, und dann da eben solche Kack-Effekte in die Schnauze bekommt. Hatte ich neulich auch in WOD-Zeitwanderung. Da hatten wir dann einfach, oh, ich muss mal noch einen neuen Seelenstein machen, war, war, sechs Minuten wird vielleicht ein bisschen knapp, ich mach mal einen für die Sicherheit hier. Und da hatten wir dann den immergrünen Flor. Und da hast du diese Botanik-Kämpfer, diese Wurzel-Gemüseköpfe hier, die so ein bisschen aussehen wie der Kartoffelmann von Toy Story, ja. Ja, und die wirken einfach einen Zauber, die ein Ziel mit einem Debuff belegen, und das für zehn Sekunden Stun. Das sind quasi zwei von diesen Saurock aus Morushan in einer Blütenpracht vereint. Es ist einfach nur wunderschön. Und wenn der Heiler dann das nicht dispelt, dann stehst du zehn Sekunden rum. Oder wenn irgendwer denkt, es wäre jetzt ne geile Idee, den halben Dungeon auf einmal zu pullen, ja, dann hast du mehrere davon. Ja, und wenn du dann keinen Priester hast mit Massenbannung, mit Mastispel, ja, dann hast du auf einmal die halbe Gruppe in der Luft hängen, ne. Und dann hast du auch gar nichts gekonnt, also. Scheiße, Mann. Das wäre hier genauso. Stell dir vor, du denkst dir, ja, das wird egal, der hat zehn Lull, ich bin gut equipped, der Tänk, ne, ich ziehe meinen Kumpel durch. Ja, haha, aber dann, dann pullst du hier ganz viel. Vier, vier, nächster Vier, Add beschworen, in die nächste Gruppe rein, ne. Also, das wird auch einfach nicht besser, will ich sagen. Das wird einfach vielmehr ultimativ freudiger. Und das ist wirklich schlimm. Ich meine, gut, Fairplay, das kann auch in Retail-WOW noch so sein, wenn du irgendwie in einem Mplus-Key, der vielleicht auch ein bisschen höher ist, oder mit Affixen gespielt wird, der Trash-Gegner eben, oder wenn es mehrere sind, die Trash-Gegner verstärken, dann kannst du natürlich auch da immer noch reinscheißen, ja. Ja, ich sag nur, heilen der Sühne und treue Tiere, wo dann die Jägerinnen ihre Gargons, ihre Steinhunde buffen und die den Tänk dann mal easy mit zwei Bissen aus dem Leben snacken, ne. Das geht natürlich auch, aber ich finde schon, dass sich da einiges anders entwickelt hat, ja, Fähigkeiten, ein bisschen anders, ich sag mal, nicht interpretiert wurden. Oh, eine Kiste, Bruder, geht ja gleich rüber, gönne ich ihm. Ey, ganz ehrlich, gönn dir mies, Bruder. Holy shit, was für ein Boss, was für eine Ikone des Lootens und des Heilens. Aber ja, da hat sich eben vieles verändert über die Jahre, was sehr, sehr gut ist, aber der Grundsatz, wie ich gerade gemerkt habe, dieses völlige Kontrolle verlieren, das kann immer noch genauso schnell und scheiße passieren, wie es auch hier der Fall ist, aber ich finde, es fühlt sich anders an. Durch diese veränderten Fähigkeiten, durch die technischen Möglichkeiten, die mittlerweile genutzt haben, ist es einfach ein anderes Feeling, würde ich meinen. Aber ist es nicht auch irgendwie schön, dass eine Sache in MMOs oder allgemeinen Online-Games nach wie vor gleich geblieben ist, all die Jahre? Und zwar, die anderen sind immer schuld. Ne, das irgendwie auch, aber das meinte ich nicht. Hallo? Oh, Bruder. Oh, was sehe ich denn da, Junge? Yo, die snacke ich mir aber komplett. Darf man auch sowas rollen? Ja, oder? Ich bin doch fast 69. Oh, guck mal, die passt zu meinen Handschuhen. Die würde ich mir aber komplett reinzwirbeln. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mad. Keine Ahnung, rollt man auf Dungeon Random Drops nicht? Hallo? Nehm ich mir komplett mit hier. Sollen sie nicht so anstellen. Werde ich anlegen. Ich habe da einen Videobeweis. Er hätte nicht verkauft, die jetzt random beim Händler, aber ich hoffe nicht, Mann. Ich hoffe, so lange sind die Aufnahmepausen nicht, dass ich das vergesse. Das wäre echt scheiße. Ne, aber dass man derart verkacken kann, dass man sich völlig überschätzen kann. Und das siehst du in Zeitwanderung ja immer wieder. Immer und immer wieder. Wenn Leute reingehen und meinen, ja, wir pullen alles und noch mehr und ich habe hier gutes Gear. Ja, das bringt ja einen Scheiß, wenn man trotzdem nicht in der Lage ist, diese Effekte richtig zu spielen. Gut, wenn du eine volle Gruppe hast. Wenn du mit deinen Freunden reingehst, mit deinen Geldis. Ja, okay. Dann vielleicht noch extra Zeitwanderungsgier. Hier noch ein Lego abgestimmt und so weiter. Klar. Aber das sind die Sonderfälle. Wir reden ja von Random-Gruppen. So, wir reden von so Random-Gruppen, wie ich sie häufig in der Darkest Dungeon Challenge habe. Okay. Wir reden von den Random-Gruppen, die man auch früher zum Teil hatte. So, ja, wenn ihr so alt wart oder so anfängerisch wie ich in meinen Geschichten. Ja, einfach so als 13-jähriger Pupsi. Zack. Und rein da. Und da hattest du keine Chance, Mann. Da hattest du keine Chance. Da dachtest du, du spielst ganz oben mit. Hast dann einen Hit bekommen und warst ganz fucking unten. Und das auch noch völlig zu Recht. Aber was uns das gebracht hat, wir haben gelernt. Wir haben dadurch gelernt. Und haben den Scheiß auf jeden Fall nicht nochmal gemacht. Was jetzt nicht heißen soll, dass jeder unbedingt total auf die Schnauze fliegen sollte. Aber ich glaube, manchmal würde das schon gut tun. I don't know. Ich will mich jetzt nicht total aus dem Fenster lehnen. Und das jeden irgendwie akribischerweise jetzt ausformulieren und einen Stein meißeln. Aber ich kann sagen, dass es in WoW manchmal ganz gut war, voll auf die Schnauze zu fliegen. Und zwar so sehr, dass man sich selber hinterfragt. Und dann zu einem Ergebnis kommt, das einen langfristig weiterbringt. Sowohl, bilde ich mir ein, und die Chance ist immer da, wenn man mit Menschen interagiert. Menschlich. Als natürlich auch spielerisch, ja. Und das sage ich, kann dir ein gut geschriebener Guide, wie auch ein schlecht geschriebener Guide, Lul, nur sehr bedingt bis gar nicht geben. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, spielen, Leute. Es muss gespielt werden. Und dann ist man selber der beste Lehrer, wenn man es denn zulässt. Ja, und das ist natürlich so doll anders geworden. Wenig wissen, wie viele von den Dudes hier in den Dungeons jetzt, ja. Vielleicht auch das erste Mal drin sind, aber trotzdem kann ich so das Auge auf den Dungeon haben. Sondern nebenbei eine Netflix-Serie oder schön Film auf Amazon Prime oder ein Stream. Oder was sind diese tausend Schattenblitzer, Alter. Kommt mal klar, den viere ich jetzt einfach mal, damit der hoffentlich verreckt jetzt zwischendurch. Wo kommen die noch her? Ich bin ultra verwirrt, Mann. Aber ihr müsst mal was machen hier. Ihr müsst mal ein bisschen Feuerbrand hier, boom. Und dann sind wir auch gleich beim Endboss. Das ist die letzte Gruppe vom Endboss. Die müssen wir jetzt noch gut hinbekommen. Unser Tank, der leidet massiv. Der versucht da ein bisschen zu kiten oder ist gefiert oder... Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, was nehmen wir noch weg? Dunkler Vortex, du wirst auch noch da ein bisschen zugedottet. Und der Vogelflieger hier sowieso. Der Geist kommt auf uns zu. Aber Stoppuhr, ja, der Heiler hat die Stoppuhr noch aktiv. Der, der wurde jetzt schön von unserem Krieger gestunt. Ich hau den Vogel jetzt erstmal weg. Sehr gut. Und dann geht's da weiter. Unser Schneckenreiter, der Slug Rider. Der wurde ja leider auch zerlötet. Der da hinten ist im Vier. Unser Wachy versucht sein Bestestes, um hier irgendwie noch wegzukommen. Ich hab aber auch kein Mana mehr. Oh no. Lebt, Leute, lebt. Kann ich den auch nochmal vieren? Warte, soll ich den auch nochmal vieren? Oh Gott, wo ist mein Vier? Kein Mana gehabt. Nee, komm, hält er aus. Hält er nicht aus. Aber da hätte auch der Vier jetzt nicht mehr gerettet, Mann. Der andere ist ja auch noch nicht umgefallen. Ah, der hatte ja auch noch ein Prozent. Oh nein. Und lass mich raten, der Seelenstein ist abgelaufen in diesem Moment. Oh Gott. Der Seelenstein ist abgelaufen in diesem Feind, Bruder. Vielleicht schon einen Moment davor. Kann sein, aber unser Pally lebt. Der, der kann retten. Heilige Scheiße, Mann. Dann stelle ich gleich nochmal ein Ritual der Seelen und dann wird der Sorry war oben. Ich schreibe aber, du heilst wie ein Berserker, Bruder. Oder wie formuliere ich das, damit es nicht vollkommen cringe klingt? Hm, vielleicht am besten gar nicht, wenn es so anfängt. Vielleicht einfach am besten gar nicht. Oh mein Gott, Bro. So, du kriegst erstmal einen neuen Seelenstein. So, aber ich schreibe am Ende irgendwie sowas wie toll getankt, toll geheilt oder so ein Shit, ne? Und ich stelle nochmal einen Seelenbrunnen hier, Leute. Dass wir nochmal einen schönen Lutschkiesel uns gönnen können, ne? Während der Tank einfach noch tot im Dreck liegt, Mann. Geil, jetzt retzt du die Hälfte und die andere Hälfte versucht dir den Brunnen zu stellen, Mann. Das ist der Lifestyle. Ist genau so. Ist auch was, was gleich geblieben ist. Wenn man sich am Portstein trifft, man guckt sich so drei Sekunden lang tief in die Augen. und dann fängt man an zu porten. Aber jeder macht sein eigenes Portal auf. Und dann bewegen sich beide, brechen ab. Weil dann jeder, die jeweils anderen helfen wollte, ne? Das ist auch so ein Phänomen, Mann. Oh, Junge, und ich werde jetzt mal was trinken hier. Pass auf. Der hat doch hier auch heilender Fluss und Mana-Quelle und so ein Bumms. Stellt er doch alles hin hier? Jawohl, ein bisschen trink hier, mit unser Heiler nicht ganz so traurig ist, ne? Dass der sich da keinen Kopf macht. Habe ich übrigens aus meinem eigenen Seelenbrunnen keinen Gesundheitsstein genommen? Oder habe ich den random gefettfingert? Ne, wir wollen das so in Erinnerung behalten, dass der Heiler so krass war, dass ich ihm einfach vertraut habe. Aber ich kann keinen Stein aus meinem eigenen Brunnen nehmen oder was. Ne, der ist ja doch. Ah, lol, das ist auch ein neuer Gesu. Aha, guck mal, ich habe mich gewundert. Ja, schön, dass wir das geklärt haben, oder? Vielleicht werde ich es in dem Fall brauchen. Und das war ja ein Endboss, der gute Klauenkönig. Da musste man schon ein bisschen was machen. Man musste so PvPler sein. Roar! Ja, man musste hinter die Säulen rennen, ne? Oh boy. Ich bin gespannt. Geht los hier. Zack, erstmal Schattenblitze. Verwandlung wirkt er auch. Ja, da sind wir wieder beim Fähigkeitsrepertoire von alten Bossen und Mobs. Und jetzt kommt diese Explosion. Jawohl, ich ziehe mal meine Wache auch ab, weil ich könnte mir vorstellen, dass in TBC, yo, auch die Pets mies in die Schnauze bekommen. Aber halb so wild. Auch nett, dass der Boss währenddessen immun ist. Ja, dass man sich da gar keinen Kopf machen muss, dass jetzt der Schaden noch gedrückt wird. Und, und, und. Ey, wieder dieselbe Stelle, Ehre. Und der Heiler hat meine Teufelswache geheilt, Mann. Was ist er nur für eine verdammte Legende? Und wieso geht dieser Dungeon 30 mal schneller als die vorherigen? Das ist ja Wahnsinn. Oh, ist gar nicht so. Jo, der letzte Raum hat gerade so lange gedauert. Ey, als ich zuletzt auf die Uhr geguckt habe, waren es irgendwie 20 Minuten. Und da waren wir kurz vor diesem letzten Raum. Und der hat ja jetzt nochmal ordentlich reingenudelt, ne? Ach du Scheiße, Mann. So, nochmal ran und jetzt bringen wir es zu Ende. Ich schaffe ja gerade so immer mal einen Schattenblitz noch, ne? Weh, du machst ihn nochmal immun, du olle Zippe. Zack. Weh, Ehre. Ehre, Ehre. Sehr cool. Damit hätten wir das. Das ist eine Stoffhose. Oh, Scheiße. Brauche unser Heiler die? Ansonsten würde ich die nehmen für Stufe 70, Bruder. Den brauche ich auf jeden Fall nicht. Hier ist noch eine Kiste. Warte mal. Wie heißt unser Heiler? Koro. Koro hat Gear ausgewählt, Junge. Ja, dann würde ich die aber mitnehmen, Allah. Kannst du aber wissen. Die gönne ich mir komplett. Bedarf. Ja, nice, Junge. Guck mal, 70er Hose. Und einen von 69er Robemann. Das hier Ultimativstick. Und Schlüssel fürs Schattenlabyrinth. Danke auch. Bye, bye. Schreibt mal noch. Super gehealt. Weil der Tank ist ja irgendwie schon raus, ne? Dann kriegt halt der Heiler nur das Lob. Ist mir doch egal. Ich finde, man muss die Leute auch mal loben, wenn die so einen krassen Job machen. Zumal er sich noch schlecht gefühlt hat, ne? Er hat sich noch entschuldigt, dass er oben war. Und das geht natürlich nicht. Da müssen wir die Leute auch mal wieder aufbauen hier. Völlig klar. Ist für den Serverruf, ne? Letztes Mal habe ich mir den ja runtergewirtschaftet. Darum müssen wir den jetzt auch wieder ein bisschen aufbauen, ne? So sieht es nämlich aus. Okay, Leute. Wir können Quests abgeben. Wir haben jetzt einfach 42%. Oh mein Gott. Maybe schaffe ich einfach noch Level 70 vor Votika. Also vermutlich nicht. Oder ganz knapp mit den Aufnahmen auf YouTube. Die sind ja immer so leicht vorproduziert. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Gerade bei den Stream-Mitschnitten. Aber so insgesamt wäre schon lässig, ne? Dass das TBC-Let's Play auch wirklich ein TBC-Let's Play bleibt. Naja. So, wir kriegen, wir kriegen was für die Schildhand. Das ist ja auch böse, ne? Terrocks Maske ist Leder, ist aber ein generell rotes Band. Und ist jetzt auch noch mal rot durch die nicht passende Rüstung. Ja, sieht man aber halt nicht so gut, ne? Spannend. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Sage von Terrok für die Schildhand, weil habe ich hier unten ja auch noch die Waffenhand von der einen Gruppen-Questionagrand. Aber ich fürchte, das alles kann nicht meinen geilen Stab toppen. Alter, ich wollte droppen sagen, aber gedroppt ist er ja schon. Gucken wir in Ruhe. Und ein Hals. Oh, Hals ist aber sehr, sehr gut. Int, Int. Mana wiederherstellen. Ne, ich glaube, da ist der schon am interessantesten. Kritische Zaubertrefferwertung. Ja, die geht ein bisschen runter, aber der Rest geht hoch. Dann nehmen wir denen einfach mit. Oh, 51 Prozent, Leute. Was geht? Was geht? Okay, Stab 31, Int. 13, 23. Oh, das wäre mehr. Aha, 12 Wille ist noch mit drauf. Da ist gar kein Wille. Kritische Zaubertrefferwertung um 30. Da geht's generell komplett runter, ne? Und durch Zauber und magische Effekte verursachten Schaden um bis zu 85. Ah, der pusht vor allem die Heilung, ne? Deswegen ist da auch mehr Wille drauf. Ne, da können wir nicht mit Konkurrieren groß. Also schon so ein bisschen, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht zu wechseln. Obwohl das auch sehr fancy aussieht. Na gut, Leute. War ein schöner Run. War ein wilder Team, obwohl ich bei all dem Gewusel und Gekicke und Gefiere meine Schwierigkeiten hatte, meinen Themen zu folgen, Alter. Also ich hoffe, euer Kopf ist jetzt nicht völlig matsch. Und dann sehen und hören wir uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Macht es gut. Bleibt gesund. Und bis denn. Ciao. Ciao.